Ich bin sicherlich sehr schlecht zu sehen. Ich bin heute ein bisschen früh hier, so wie im ganzen Verkehr. Ich habe ein bisschen Jassi, dass ich durch den Elbtunnel durchkomme, heil und sicher und schnell. Ich musste mich ein bisschen beeilen heute. Wie man hinter mir schön sehen kann, das Panorama, unten aber Kühlbrandbrücke wieder. Ich versuche heute nochmal auf Zander hier. Ich bin jetzt heiß hier vorhin da drauf. Es geht jetzt von vorne alles los und heute hoffe ich mal auf einen großen Zander. Also was heißt einen großen? Mir reicht ja schon ein Mittelmees. Gucken wir mal, ne? Wären wir mal anblasen, wenn wir lieben. Heute möchte ich mal, weil ich letztens so viel Fehlbisse hatte, auf Nummer sicher gehen und habe hier mir noch ein Angstdrilling montiert. Man weiß ja nie, was kommt. Gehe ich lieber auf Nummer sicher. Okay, probieren wir das mal. Na? Auf geht's. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hat sie geknallt, jetzt hat sie richtig geknallt. Scheiße, alter Schwede, das scheint ein schöner zu sein. Oh ja, 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 schöner Zander. Alter Schwede, der sitzt, der sitzt, na endlich, na endlich, so, Kescherin, Kescherin, wir wollen den Zander, ja, langsam hab ich Übung da drin. Komm schon, Baby, jetzt ist hier auch noch so viel Strömung drin, Scheiße, wo hängt der, oh, am Angstdrilling, Kriegecken raus, ja, hat er schon verloren, ja, schöner Zander, schöner Zander, meine Lieben, das hat sich heute gelohnt, wieder nach der Nacht, ich leck mich am Arsch, der kriegt ihn vor den Kopf, den nehm ich mit, endlich mal ein Maßsieger. Oh, schöner Zander, oh, geil, der kriegt ihn vor den Zünder, der hat Maß, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Oh, komm her, jawoll, mein Lieber, du hast verschissen, jawoll, schöner Zander, schöner, der sitzt, oh, gerade hier oben, ne, hier oben sitzt er, der Haken sitzt am Auge und der Angstdrilling sitzt hier drin. Ah, der sitzt knapp, aber er sitzt, das ist der Drilling, den ich wirklich als Zusatzhaken genommen habe. Na, langen hin und her habe ich ihn doch rausgekriegt und das ist doch schon mal ein schöner Zander. Und der kommt auch schön in der Pfanne, wunderschöne Tier, ja, etwas über Maß, ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit, wunderschöner Zander, am Angstdrilling gehakt, wunderbar, schön, wunderbarer Zander. Ja, den nehmen wir mit, ja, freut mich, endlich mal Erfolg, endlich mal, herrlich, ich kriege gar nicht genug von den schönen Alexander, wunderbar, seht ihr, meine Lieben, und wieder auf den Gebissen, auf den Schnuckel mit Angstdrilling, ja, es funktioniert. Meine Lieben, ich mache mich nach Hause, es war ein Tip Top Vormittag, ich kann mich nicht beschweren, ich hatte einen einzigen Fehlbiss, ich hatte wirklich nur zwei Bisse, ein einzigen Fehlbiss und den anderen habe ich ja verwandelt, wie ihr gesehen habt, also Tip Top, ich bin super zufrieden. Und so kann es weiterhin, habe ich es euch nicht gesagt, neue Route, neues Glück, euer Andy, bis bald.